Richard Karl Freiherr von Weizsäcker war ein deutscher Politiker. Er war von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin und von 1984 bis 1994 der sechste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Von Weizsäcker war nach Eodor Heuss der bisher einzige Bundespräsident, der zwei vollständige Amtszeiten absolviert hat. In seiner Amtszeit als Bundespräsident fiel die deutsche Wiedervereinigung in den Jahren 1989 bis 1990. Familie Richard von Weizsäcker entstammte dem pfälzisch-württembergischen Geschlecht Weizsäcker. Er wurde als viertes Kind von Ernst von Weizsäcker und Marianne von Weizsäcker in einem Flügel des Neuen Schlosses in Stuttgart geboren. Sein Großvater, der württembergische Ministerpräsident Karl Hugo von Weizsäcker, war von König Wilhelm II. Von Württemberg geadelt und dann 1916 in den erblichen Freiherrenstand erhoben worden. Weizsäcker hatte drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Karl Friedrich von Weizsäcker, Adelheid von Weizsäcker und Heinrich Viktor von Weizsäcker. Die Familie lebte aufgrund der diplomatischen Tätigkeit des Vaters von 1920 bis 1924 in Basel, von 1924 bis 1927 in Kopenhagen. Von 1931 bis 1933 in Oslo, von 1933 bis 1936 in Bern, wo Weizsäcker das Gymnasium Kirchenfeld besuchte und danach in Berlin, wo der Vater zunächst Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes unter Konstantin Freiherr von Neurath wurde und 1938 zum Staatssekretär unter Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop avancierte. Seit 1953 war Weizsäcker mit Marianne von Kretschmann verheiratet. Die Mutter von Marianne Aster von Kretschmann, Geb. Mohr, war eine Adoptivtochter von Fritz von Waldhausen. Marianne von Weizsäcker ist ferner eine Großnichte der sozialdemokratischen Frauenrechtlerin Lilly Braun, Geb. Von Kretschmann. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Robert Klaus von Weizsäcker, Andreas von Weizsäcker, Marianne Bietreis von Weizsäcker, Fritz Eckert von Weizsäcker, Richard von Weizsäcker starb am 31. Januar 2015 im Alter von 94 Jahren in Berlin-Dahlem. Am 11. Februar 2015 fand ein Staatsakt im Berliner Dom statt. Anschließend wurde Weizsäcker auf dem Waldfriedhof Dahlem beigesetzt. Schule und Ausbildung Ab 1925 mit seiner Familie in Kopenhagen wurde Richard in der deutschen Schule eingeschult und lernte hier lesen und schreiben. 1937 legte Weizsäcker sein Abitur am Bismarck-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf mit knapp 17 Jahren ab. Er war Feenleinführer der Hitlerjugend im Jungband 37 in Berlin-Wilmersdorf-Zehlendorf und erfüllte die Kriterien nationalsozialistischer, begabten Förderung. Nach seinem Schulabschluss reiste Weizsäcker nach Oxford und Grenoble, um dort Vorlesungen über Philosophie und Geschichte zu besuchen. Militärdienst im Zweiten Weltkrieg 1938 wurde Weizsäcker zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Im Herbst desselben Jahres trat er in die Maschinengewehrkompanie des Potsdamer Infanterie-Regimentes 9 der Wehrmacht ein, das zur 23. Infanteriedivision gehörte. Sein älterer Bruder Heinrich diente bereits als Leutnant im selben Regiment. Am 1. September 1939 überschritt die Einheit der Weizsäcker-Brüder im Rahmen des Polenfeldzuges die polnische Grenze am polnischen Korridor, rund 40 Kilometer nördlich von Bromberg. Heinrich von Weizsäcker fiel am Abend des 2. September während der Schlacht in der Tuchlerheide am Bahndamm von Klonovo bei einem polnischen Gegenangriff, wenige hundert Meter von Richard entfernt, der ihn danach beerdigte. Nach dem Polenfeldzug wurde Weizsäcker mit seinem Regiment an die luxemburgische Grenze verlegt. Während des Westfeldzuges nahm Weizsäcker an Offizier an Werther Lehrgängen teil. Danach nahm Weizsäcker am Unternehmen Barbarossa teil. Im Juli 1941 wurde er zum ersten Mal verwundet, erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse und verbrachte vier Wochen in einem Lazarett. Als er zur Einheit zurückkehrte, lag diese 350 Kilometer südwestlich von Moskau. Er nahm nun an der Schlacht um Moskau teil, wobei die Einheit bis auf 35 Kilometer an die Innenstadt herankam. Das Regiment wurde im Winter 1941-42 still fast vollständig aufgerieben und musste im Februar 1942 von der Front abgezogen werden. Im März 1942 versetzte man ihn als Eudonanz-Offizier zum Oberkommando des Heeres in Mauerwald in Ostpreußen. Im Juni 1942 machte er die Verlegung des OKH zum Führerhauptquartier Wehrwolf bei Venisa in der Ukraine mit. Nach seiner Beförderung zum Oberleutnant kehrte er Ende Oktober 1942 zu seiner alten Einheit, nun in Grenadierregiment 9 umbenannt, zurück, welches nun in Dänemark lag. Er wurde Adjutant des Regiments Kommandeurs. Ehemalige Offiziere der Einheit bezeichneten dies als eine halbe Lebensversicherung, da man nun nicht mehr an der Front kämpfen musste. Ende Januar 1943 wurde das Regiment wieder an die Ostfront verlegt und ab Februar 1943 nahm es an der Leningrader Blockade teil. Anfang 1944 erhielt er das Eiserne Kreuz Erste Klasse. Später folgte die Beförderung zum Hauptmann der Reserve. Mitte Mai 1944 besuchte er seinen Vater in Rom. Weizsäcker freundete sich eng mit den im selben Regiment dienenden späteren Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 Axel von dem Busche und Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg an, über die er von den Plänen des Klaus Graf von Stauffenberg erfuhr. Er vernichtete im Januar 1945 einen Rückrufbefehl in Wartenburg und schützte somit Hermann Priebe vor der Gestapo. Im Sommer 1944 machte er den Rückzug seiner Einheit aus dem Großraum Leningrad zur Küste Lettlands mit. Dort wurden die Reste des Grenadierregiments 9 vom Grenadierregiment 67 übernommen. Weizsäcker blieb weiter adjutant und erlebte die Verlegung der Einheit per Schiff nach Ostpreußen. Im März 1945 wurde Weizsäcker in Ostpreußen bei schweren Abwehrkämpfen leicht verwundet. Das Grenadierregiment 67 war zeitweise bei Wartenburg eingekesselt. Er erreichte im April 1945 über das Eis des frischen Hafs die frische Nehrung, von wo die Einheit nach Danzig evakuiert wurde. Sein Kommandeur schlug ihn aufgrund der Rettung vieler Soldaten für die Ehrenblattspange des Heeres vor. Zur Verleihung kam es allerdings aufgrund des Kriegsendes nicht mehr. Über Kopenhagen kam er zum Ersatzgruppenteil des früheren Grenadierregiments 9 in Potsdam. Von dort setzte er sich nach Lindau ab und beging damit Fahnenflucht. Er erlebte so das Kriegsende ohne in Gefangenschaft zu geraten. Studium und Beruf Schon 1945 nahm Weizsäcker ein Studium der Rechtswissenschaft neben Fachgeschichte in Göttingen auf. Das er 1950 mit dem 1. und 1953 mit dem 2. juristischen Staatsexamen beendete. Im Juli 1955 erfolgte die Promotion zum Dr. Jür mit der Arbeit der Faktische Verein. Während der gesamten Zeit war er dem Arbeitsrechtler Wolfgang Siebert in den 1940er Jahren Leiter des Jugendrechtsausschusses der Akademie für Deutsches Recht eng verbunden. Neben seinem Studium arbeitete Weizsäcker von 1947 bis Anfang 1949 als Assistent von Rechtsanwalt Helmut Becker, der der Verteidiger seines Vaters bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen war. Während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse war Weizsäcker im sogenannten Wilhelm-Straßen-Prozess Hilfsverteidiger seines Vaters, des SS-Brigadeführers und Staatssekretärs Ernst von Weizsäcker, der aufgrund seiner aktiven Mitwirkung bei der Deportation französischer Juden nach Auschwitz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer 7. später 5-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Richard von Weizsäcker bezeichnete das Urteil später immer als historisch und moralisch ungerecht. Von 1950 bis 1953 arbeitete Weizsäcker als wissenschaftliche Hilfskraft bei der Mannesmann AG in Gelsenkirchen. 1953 wechselte er in die Rechtsabteilung der Mannesmann AG nach Düsseldorf. Im Juli 1955 erhielt er Prokurat und wurde 1957 Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung. Ende Juni 1958 schied Weizsäcker bei Mannesmann aus und war bis 1962 persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Waldhausen, zudem über seine Frau familiäre Beziehungen bestanden. Danach war er von 1962 bis 1966 Mitglied der Geschäftsführung des Chemie- und Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim in Ingelheim am Rhein. Böhringer Ingelheim lieferte im Folgejahr 1967 720 Tonnen Trichlorphenolatlauge an Dow Chemical. Mit großer Betroffenheit habe er erst Jahre nach seiner Tätigkeit bei Böhringer von Agent Orange erfahren, sagte von Weizsäcker eine Aussage, die auch angezweifelt wurde. Politische Karriere vor der Präsidentschaft. Parteil ab 1954 war Weizsäcker Mitglied der CDU. Von 1966 bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1984 war er Mitglied des Bundesvorstandes. 1968 wurde Weizsäcker von Helmut Kohl zum ersten Mal als CDU-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen, unterlag aber in der Kampfabstimmung im CDU-Auswahlausschuss deutlich mit 20 zu 65 Stimmen gegen den damaligen Verteidigungsminister Gerhard Schröder. 1971 wurde Weizsäcker von Rainer Barzel zum Vorsitzenden der CDU-Grundsatzkommission berufen. Auf dem 22. Bundesparteitag der CDU in Hamburg im November 1973 stellte Weizsäcker die ersten Ergebnisse zweier Jahre Arbeit in der Grundsatzkommission vor und löste damit lebhafte Diskussionen aus. Erst 1978 wurde das neue CDU-Grundsatzprogramm beschlossen, das unter seiner Federführung und der von Heiner Geisler entstanden war. Im Jahr 1965 wurde Weizsäcker als Kandidat für den Deutschen Bundestag vorgeschlagen, lehnte die Kandidatur aber ab, um einen Interessenkonflikt aufgrund seines Ehrenamtes als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages zu vermeiden. 1969 kandidierte Weizsäcker im Wahlkreis Worms für den Deutschen Bundestag. Er wurde über Platz 2 der rheinland-pfälzischen CDU-Landesliste in den Bundestag gewählt und war bis 1981 Mitglied des Deutschen Bundestages. Am 17. Mai 1973 unterlag Weizsäcker Karl Carstens in einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Weizsäcker wurde so dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Bei der Wahl des Deutschen Bundespräsidenten 1974 war Weizsäcker Kandidat von CDU und CSU. Diese Kandidatur nahm Weizsäcker im Bewusstsein an, dass er aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung nur als sogenannter Zielkandidat aufgestellt wurde. Gewählt wurde der bisherige Außenminister Walter Scheel, der als Kandidat der sozialliberalen Koalition angetreten war. Weizsäcker gehörte dann 1976 dem von Helmut Kohl für die Bundestagswahl 1976 aufgestellten Schattenkabinett an. Von 1981 bis 1983 war er außerdem CDU-Landesvorsitzender in Berlin. Mit der Annahme seiner Wahl zum Bundespräsidenten ließ er traditionsgemäß seine Mitgliedschaft in der CDU ruhen und nahm sie auch nach dem Ende seiner Amtszeit nicht wieder wahr. Regierender Bürgermeister von Berlin 1979 war Weizsäcker Spitzenkandidat der CDU bei den Wahlen zum 8. Abgeordnetenhaus von Berlin. Zwar wurde die CDU mit 44,4 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, regierender Bürgermeister blieb aber der bisherige Amtsinhaber Dietrich Storbe. Die Koalition aus SPD und FDP wurde fortgesetzt. Von 1979 bis 1981 war Weizsäcker Vizepräsident des Deutschen Bundestages. 1981 kam es zu vorgezogenen Neuwahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Bei diesen Neuwahlen wurde die CDU mit 48,0 Prozent der Stimmen erneut stärkste Kraft und erhielt ihr bislang bestes Ergebnis auf Berliner Landesebene. Weizsäcker wurde daraufhin als Nachfolger von Hans-Jochen Vogel, der damit nur ein halbes Jahr im Amt gewesen war, zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Er stand vom 11. Juni 1981 bis 9. Februar 1984 einem Senat vor, der zunächst als Minderheitsregierung fungierte. Im März 1983 bildete er eine Koalition mit der FDP. Weizsäcker legte in besonderem Maße Wert auf die Pflege internationaler Kontakte. Bei seinen Antrittsbesuchen bei den Präsidenten der Westalliierten erwarb er sich nach Auffassung von Beobachtern großes Ansehen. Als erster regierender Bürgermeister besuchte er im September 1983 auch die DDR, wo er vom Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker empfangen wurde. Weizsäcker und Honecker blieben sich menschlich fremd. Und abgesehen von einer Absichtserklärung der DDR zur Absenkung des Mindestumtauschs für Jugendliche brachte das Treffen keine praktischen Ergebnisse. Zu den innenpolitischen Herausforderungen in Weizsäckers Regierungszeit gehörten insbesondere die Hausbesetzungen in Ortsteilen wie Kreuzberg. Wobei er die praktische Umsetzung von Räumungen in erster Linie in der Verantwortung von Innensenator Heinrich Lummer belies. Weizsäckers Nachfolger als regierender Bürgermeister war Eberhard Diebschen, Bundespräsident. Im November 1983 wurde Weizsäcker zum zweiten Mal als CDU-CSU-Kandidat für das Bundespräsidentenamt benannt und bei der Wahl am 23. Mai 1984 von der Bundesversammlung zum sechsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Am 1. Juli wurde er als Nachfolger von Karl Carstens in diesem Amt vereidigt. Bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten am 23. Mai 1989 wurde Weizsäcker im Amt bestätigt. Es war die bislang einzige Wahl eines Bundespräsidenten, bei der es nur einen Bewerber gab. Weizsäcker wirkte integrierend und erlangte hohe Anerkennung im In- und Ausland mit seiner Rede vom 8. Mai 1985, in der er den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bezeichnete. Er trat für ein behutsames Zusammenwachsen von Ost und West ein und mahnte in seiner Rede zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 sich zu. Vereinen, heißt Teilen lernen. In der Zeit übte Richard von Weizsäcker 1992 schwere Kritik an den deutschen Parteien. Er kritisierte, dass sich der Einfluss der Parteien auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet habe. Sie seien längst zu einem sechsten Verfassungsorgan geworden, aber, im Gegensatz zu den anderen, keiner Kontrolle unterworfen. Weiterhin führte er aus, dass das vorrangige Ziel der Parteien sei, die nächste Wahl zu gewinnen und nicht langfristig Probleme dieses Landes zu lösen. Sie nehmen temporäre Stimmungen im Volk in ihr Parteiprogramm auf, um bei der nächsten Bundestagswahl möglichst viele Stimmen zu erhalten. Staatsbesuche. Punkt. 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 Gesellschaftliches Engagement. Zur Erfüllung nachwirkender Verpflichtungen als Altbundespräsident unterhielt Richard von Weizsäcker ein Büro in Berlin. Von 1964 bis 1970 und von 1979 bis 1981 amtierte er als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Von 1967 bis 1984 gehörte er außerdem der Synode und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an. 1988 gab Richard von Weizsäcker als amtierender Bundespräsident sein Einverständnis, dass ein Schulzentrum in Bolivien nach ihm benannt werden durfte. Die von Frank Weber gegründete Modellschule in Cochabamba, die als Privatschule kostenfreie Schulausbildung für sozial schwache Familien ermöglicht. Er war Schirmherr des Richard von Weizsäcker Berufskollegs in Lüdinghausen, Dülmen, Paderborn und Bühren. Ab 1994 war er Vorsitzender des Bergedorfer Gesprächskreises der Körberstiftung und des Kuratoriums der Theodor-Heuss-Stiftung. Ab 2002 gehörte er außerdem dem Kuratorium des Hannah Arendt-Zentrums an und war seitdem daneben auch Schirmherr der Initiative Perspektive. Deutschland. Aktion Deutschland hilft T.V. Er war Kuratoriumsmitglied der Initiative A Soul for Europe. Viele Jahre lang war Weizsäcker ein Unterstützer der Freier von Moltke Stiftung und engagierte sich für das neue Kreisau. Ab 1995 leitete er als Co-Präsident gemeinsam mit dem Franzosen Stéphane Hessel. Müllen-Kureschi eine vom damaligen UN-Generalsekretär Butros Butros-Ghali einberufene Kommission zur Neuorganisation der Vereinten Nationen. Im Jahr 1995 war die Zahl der Mitglieder dieser Kommission auf neun angewachsen, darunter die Kenianerin Wangari Maathai, später Preisträgerin des Friedensnobelpreises. Von 1995 bis 2000 gehörte er der Jury zur Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises an. Sein Nachfolger wurde Roman Herzog. Von Mai 1999 bis Mai 2000 war er Vorsitzender der Kommission Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr. Im Jahr 2008 übernahm Richard von Weizsäcker die Namenspatenschaft des Phi-Delta-Phi-Ins an der Universität Tübingen. Weizsäcker war Mitglied der Jury der Marion-Dönhoff-Stiftung. Mitglied des Club of Rome und außerdem neben dem ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan und anderen Persönlichkeiten im Beirat der Berliner Humboldt-Viadrina-School of Governance. Weizsäcker gehörte zu den Begründern des Fördervereins DOM zu Brandenburg He. V. und war Pate des Schönberger Musiksommers. Er war Gründungsschirmherr und ab 1994 Mitglied im Senat der von Helmut Schmidt und Kurt Biedenkopf gegründeten Deutschen Nationalstiftung. Weizsäcker war von 2003 bis 2013 Schirmherr von Aktion Deutschlandhilf T. V. einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, die im Bereich der internationalen Katastrophenhilfe tätig sind. Sein Nachfolger wurde Horst Köhler. Weizsäcker war das einzige Ehrenmitglied des deutsch-amerikanischen Vereins Atlantikbrücke. Im Jahr 1974 Gründungs- und ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Vertretung der Denkfabrik Espen Institute. Gründungsmitglied der US-amerikanischen Institution American Academy in Berlin. Ehrenmitglied des Netzwerks für Außenpolitik DGAP und Präsident im European Leadership Network. Die deutsch-britische Gesellschaft ernannte Weizsäcker wegen seines Engagements für die deutsch-britischen Beziehungen zu ihrem Ehrenpräsidenten. Ehrungen 1941 Eisernes Kreuz II Klasse 1944 Eisernes Kreuz I Klasse 1975 Großes Bundesverdienstkreuz 1982 Schärfste Klinge der Stadt Solingen 1983 Senator der Max-Planck-Gesellschaft Theodor Heuspreis 1984 Ehrenmitglied des Vereins für die Geschichte Berlins 1984 Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1985 Klein des Finnischen Ordens der Weißen Rose 1986 Rhetorikpreis Großkreuz mit großer Ordenskette des Verdienstordens der Italienischen Republik 1987 Orden vom Ketzal 1987 Orden Antonio Jose de Ireseri von Guatmala Ritter Großkreuz im Orden vom Niederländischen Löwen 1987 Goldene Kamera Romano Guardini Preis Atatürk Friedenspreis Deutsches Sporthabzeichen in Gold 1988 Ehrenring des Deutschen Handwerks 1988 Ritter des Nassauischen Hausordens vom Goldenen Löwen 1988 Falkenorden 1988 Ritter des Schwedischen Seraphinenordens 1989 Ritter des Dänischen Elefantenordens 1989 Ehrenbürger von Bonn 1990 Harnack-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft Götzenpenning der Niederländischen Stiftung Götzen Widerstand 40 bis 45 Ehrenbürger von Stuttgart Ehrenbürger von Berlin 1991 Goldmedaille der Jüdischen Loge BNAI Bright für besondere Verdienste Heinrich Heine Preis der Stadt Düsseldorf 1992 Königlich-Viktorianische Ordenskette 1992 Nansen Flüchtlingspreis 1993 Heinz-Galinski Preis 1994 Großkreuz des Verdienstordens der Republik Polen Augsburger Friedenspreis Leo Beckpreis Olympischer Orden 1995 Großkreuz des Verdienstordens der Republik Ungarn 1995 Deutscher Staatsbürgerpreis Boba Rosenzweig-Medaille Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg 1995 Benennung des Schulzentrums Richard von Weizsäcker Schule in Ottbergen 1995 Benennung des Progymnasium Richard von Weizsäcker Gymnasium in Bayesbronn 1995 Ehrenbürger der Universität Stuttgart 1996 Kunstpreis zur deutsch-schechischen Verständigung 1996 Preis der Ludwig-Wünsche-Stiftung 1997 Ehrenbürger von Danzig 1997 Benennung des Richard von Weizsäcker Berufskollegs in Paderborn 1998 Benennung des Richard von Weizsäcker Berufskollegs in Lüdinghausen und Dülmen 1998 Benennung des Richard von Weizsäcker Gymnasiums in Talle, Harz 1998 Humanismuspreis des Deutschen Altphilologenverbands 2000 Dr. Leopold Lukaspreis V. Dekarpreis 2001 Dr. Siegert von Kölkitzpreis 2003 Erich Kästnerpreis des Presseclubs Dresden e.V. 2003 Johann Heinrich Wosspreis für Literatur 2003 Martin Bubar Plakette 2003 Großkreuz mit Halskette des Tschechischen Ordens des Weißen Löwen 2005 Merkatur Professor an der Universität Duisburg-Essen 2005 Kaiser Otto Preis der Stadt Magdeburg 2006 Umbenennung der Haus- und Landwirtschaftlichen Schule Oeringen in Richard von Weizsäcker Schule Oeringen 2008 Vorfriedums Award Roosevelt Stiftung Niederlande Stadt Middelburg 2009 Förderer des Buches Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2009 Corinne Internationaler Buchpreis für der Weg zur Einheit 2009 Martin Luther Medaille für besondere Verdienste um den deutschen Protestantismus 2009 Henry A. Kissinger Preis der American Academy in Berlin 2010 Richard Merton Ehrennadel des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft 2011 Mann des Jahres von der polnischen Zeitung Gazeta Waiborza 2012 Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin 2013 Internationaler Mendelssohn-Preis zu Leipzig 2014 Eric M. Barburg Preis der Atlantikbrücke 2015 Staatsakt im Berliner Dom Sein eisernes Kreuzi Klasse trug der Bundespräsident während seiner Amtszeit offiziell nicht Ehrendoktor würden 1984 Grenoble, New York 1985 Weizmann Institut für Wissenschaften 1986 Katholike Universität Leuven 1986 Istanbul 1987 Sokri, Harvard, Göttingen 1988 Nigeria, Oxford, Sofia 1990 Malta 1991 Erasmus Universität Rotterdam, Madras, Pavia 1993 Baltimore, Danzig 1994 University of Cambridge 1995 Universität Uppsala 1996 Hals Universität Prag 2005 Vasida Universität Politische Positionierung Er sprach sich aus für den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung, stimmte den Ostverträgen zu und erkannte die polnische Westgrenze an Schriften von Deutschland aus Reden des Bundespräsidenten Siedler Berlin 1985 ISBN 3-88680-173X Von Deutschland nach Europa Die bewegende Kraft der Geschichte Siedler Berlin 1991 ISBN 3-88680-3783 als Taschenbuch Goldmann, München 1993 ISBN 3-442-12843-9 Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Gunter Hofmann und Werner A. Perger Eichborn, Frankfurt am Main 1992 ISBN 3-8218-1160-9 Vier Zeiten Erinnerungen Siedler Berlin 1997 ISBN 3-88680-5565 Dreimal Stunde 0-1949-1969-1989 Siedler Berlin 2001 ISBN 3-88680-7320 Was für eine Welt wollen wir? Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Jan Ross Rowold Berlin 2005 ISBN 3-871345245 Richard von Weizsäcker Alles steht und fällt mit dem politischen Willen der Mitglieder In Humboldt Forum Recht Die Deutschen und ihre Nachbarn HSG Zusammen mit Helmut Schmidt Beck, München 2008-2009 Till ISBN 978-3406-902758 Der Weg zur Einheit Beck, München 2009 ISBN 978-3406-59287-4 Filme Richard von Weizsäcker Produktion im Auftrag des NDR Gezeigt in Tagesschau 12 Uhr abends 18. April 2015 20.15 Uhr 15 bis 21.47 Uhr Geagt in Tagesschau 12 Uhr Geagt in Tagesschau 12 Uhr Geagt in Tagesschau 12 Uhr